So, wie schaut es bei mir aus? Ich habe haufenweise klumpert, überall aufteilt, damit ich heute die Chefkunst fertig kriege. Das ist nicht nirgends, absolut. Man kann das nicht öffnen! Nachbarn machen! 3! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das hat man nämlich draußen nicht gesehen. Das hat man nämlich gesehen. Malzeit von Wolfsgrund und Maher, das ist heute tatsächlich Malzeit, weil Kirchenglocken. Die Yvonne ist wieder da und hilft mir beim Basteln. Also eigentlich hilft es mir beim Anpinsel vom Hölon des Todes. Das ist ein riesiges Teil. Und sie selber tut nebenbei, also nebenbei eigentlich vorher und hauptsächlich die Grundformen einmal für die Hörner machen. Da müssen wir warten, bis das jetzt aushärtet. Für den Blutschnitter Lord. Na, ich glaube, das kann sich auch schauen lassen. Viel besser ausschaut. Das schaut cool aus. Malzeit vom Wolfsgrund. Wir haben den zweiten Tag von hinter der Zeit. Äh, bleibt sein, hinter den Toren. Und Ostarion nimmt Formen an. In der Entfernung hört sich schon die Schreie der Spieler. Die werden gerade so richtig gesäuzen von der Brutmutter. Ich werde da jetzt noch rauflaufen und werde euch ein paar Videos machen. Die bekommt ihr aber dann im Laufe der nächsten Tage zusammengeschnitten. Aber hier meine supergenialen Mietorgas und Helferchens, die sich mit dem schweren Beton ein Baumauerchen bauen. Da kriegt ihr dann auch heute Abend ein Video, weil diese Bauern werden nämlich burnen. So richtig burnen. So, der Unterschied zwischen Non-Paint-Job, das schaut so aus, und Paint-Job. Find kann sich anschauen lassen für eine halbe Stunde Szene.